Hallo und herzlich willkommen bei gruselgeschichten.de. Heute geht es um eine gruselige Geschichte im Wald. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Auf geht's ins Land der dunklen Träume. Mein erster Fehler war überhaupt hierher zu kommen, als mein alter, ramponierter Chevy über die staubige Schotterstraße zum See ratterte, sah ich die Silhouette von Onkel Rob's Hütte gegen die untergehende Sonne. Er rollte die geschotterte Auffahrt hinauf und quietschte charakteristisch, als ich im Studio ihn auf Parken setzte. Als ich aus dem Fahrzeug stieg, durchfuhr mich eine eisige Oktoberbrise. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass dieses Wochenende eine gute Verwendung meiner bezahlten Freizeit sein würde, aber ich gebe zu, dass diese Hoffnung schwand. Eine Szene aus einem Film. Ein junger Mann nimmt seine Freundin mit in die Berge, in eine Hütte am See. Genau zu dem Zeitpunkt, wenn alle Blätter zu üppigen Tönen von Karmesinrot, Bernstein und Gold verblasst sind. Und wenn der Moment genau richtig ist, wenn die Sonne tief steht und das Wasser in der magischen Stunde der Dämmerung erstrahlt, geht der Junge auf die Knie und stellt die Frage, ein Diamantring in der Hand. Das hatte ich im Sinn, als ich meinen Onkel anflehte, mich ein paar Tage in seiner abgelegenen Sommerhütte bleiben zu lassen, die er sich billig im Vorjahr gekauft hatte. Er war ein mürrischer alter Mann, aber er hätte immer noch ein Herz. Es hätte perfekt sein sollen. Es hätte eines der glücklichsten Wochenenden unseres Lebens sein sollen. Deshalb war ich so unglaublich verwirrt, als sie mich verließ. Vielleicht war die Botschaft zu offensichtlich. Vielleicht wollte sie mich nicht heiraten. Vielleicht gab es jemand anderen. Wer weiß das schon? Wen interessiert es schon wirklich? Auf irgendeine Weise fand ich mich einen Tag, bevor wir in eine abgelegene Gegend in den Bergen von Utah fahren sollten, wieder Single. Und aus irgendeinem Grund fand ich mich dort oben alleine. Ich weiß nicht, es schien ein schöner Ort zum Grübeln zu sein, um mir selbst leid zu tun. Mir war nicht viel daran gelegen, irgendjemandem von unserer Trennung zu erzählen. Soweit meine Familie wusste, würde ich ein paar Tage später mit meiner neuen Verlobten vom Berg herunterkommen. Ich wusste nicht, was ich ihnen sagen würde. Ich verstand es selbst kaum. Ein Wochenende in Onkel Rob's Hütte würde mir genügend Zeit geben, alles zu überdenken. So war mein Gedanke. Ich atmete frische, klare Luft ein. Es fühlte sich gut an. Ich hatte Glück, dass ich den Ort erreicht hatte, bevor die Sonne ganz unterging. Es war eine lange Fahrt gewesen. Und alles, was ich wollte, war, mich in ein weiches Bett zu legen. Ein alter Schlüsselbund klimperte, als ich ihn um meinen Zeigefinger drehte. Ich pfiff eine fröhliche Melodie auf dem Weg zur Haustür und versuchte glücklicher zu wirken, als ich es war. Der Schlüssel drehte sich, die Tür öffnete sich. Der muffige Geruch von Holz erfüllte meine Nasenlöcher, als ich eintrat. Es war dunkel. Ich schaltete die Taschenlampe meines Handys ein, um nach einem Lichtschalter zu suchen. Aha, sagte ich, als ich einen fand. Ich schaltete ihn um und nichts passierte. Ich schaltete ihn ein paar Mal um, als ob es einen Unterschied machen würde. Ich fand einen anderen und versuchte auch diesen ein paar Mal umzuschalten. Es gab keinen Strom. Ich stellte meinen Rucksack ab, der all meine Sachen enthielt. Ich überlegte kurz, ob ich zurück zu meinem Truck steigen und einfach wegfahren sollte. Aber ich dachte mir, ich sollte zumindest erst meinen Onkel anrufen. Das Telefon klingelte und klingelte weiter. Hier spricht Rob Ward. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich seufzte. Das Telefon klingelte wieder. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hä? Hä? Wie läuft es? Die Frage war ein emotionaler Schlag in die Magengrube. Nicht so gut, Mama. Hast du jemals die Liebe deines Lebens verloren, ohne überhaupt zu wissen, warum? Ich atmete tief durch. Hey, ja, es läuft großartig. Wir sind hier oben in der Hütte, gerade am Einrichten. Ich hatte nur eine kurze Frage an Rob, aber er geht nicht ans Telefon. Oh, das ist großartig, Liebling. Ich bin froh, dass ihr sicher angekommen seid. Wie geht es Jessica? Ist sie in guter Stimmung? Stellt sicher, dass sie in guter Stimmung ist, bevor... Nun ja, ihr wisst schon. Ich bin nicht auf Freisprechen, oder? Was? Nein, sie ist in Ordnung. Ich bin nicht... Ich mache ihr überhaupt keinen Heiratsantrag, Mama. Sie ist nicht hier. Tatsächlich will sie nichts mit mir zu tun haben. Ich bin ganz alleine, mitten im Nirgendwo. Was für eine großartige Idee. Ich bin ein Genie, Mama. Ich warte bis morgen. Ich hatte nur eine Frage an Rob und wollte wissen, ob du versuchen könntest, ihn zu erreichen. Oh, das ist großartig, Liebling. Und ja, du hast zum richtigen Zeitpunkt angerufen. Er ist gerade hier. Er und Papa schauen gerade das Spiel, aber ich glaube, es läuft Werbung. Ich werde ihm das Telefon bringen. Ein Moment verging. Ich hörte das Rauschen eines Telefons, das die Hand wechselte. Ja? Rob's raue Stimme kam über den Lautsprecher. Hey, Rob, äh... Wer gewinnt? Ein paar Sekunden lang war nichts zu hören, außer dem Geräusch des Fernsehers im Hintergrund. Was brauchst du? Sagte er in seinem gewohnt, rauen Monoton. Also, es gibt kein Strom hier oben. Scheint so. Ich hab versucht, das Licht anzumachen. Mit Rob zu sprechen, machte mich immer unbehaglich. Man konnte nie sagen, was er dachte und er machte keine Anstrengungen im Bereich der Höflichkeiten. Generator, hinten. Und damit gab er das Telefon meiner Mutter zurück. Hey, ich bin's wieder, Hal. Stell sicher, wenn du es tust, dass du... Ja, danke, Mama. Ich muss jetzt gehen, okay? Okay, Liebling, ich liebe dich. Sag Jessica, ich habe... Ich liebe dich auch. Ich werde dir sagen, dass du bist. Ich drückte hastig auf die Endetaste. Ich mochte es nicht, meiner Mutter anzulügen. Und ich wollte auch nicht weiter über Jessica sprechen. Natürlich gab es einen Generator. Offensichtlich, murmelte ich vor mich hin, als ich mich zur Hintertür begab. Dieser Ort war viel zu weit draußen, um an ein Netz angeschlossen zu sein. Ich hatte wirklich Glück, dass es überhaupt Handyempfang gab. Von der Sonne waren nur noch die letzten gelben Töne der Dämmerung übrig, die die Kiefern am Horizont als Cluster von schwarzen, nadelförmigen Ästen umrissen. Das Licht meiner Handytaschenlampe beleuchtete den Weg über die hintere Veranda, warf lange, harte Schatten, während der Lichtkegel über wuchertes Gras, große Steine und ähnliches traf. Ich beinahe in meinen Knöchel verstauchte, als ich über das uneebene Gelände kletterte. Ich sah auf und sah ein dickes Kabel, das von der Hütte bis zum Inneren eines alten Werkzeugschuppens am Rand des Grundstücks führte. Ich machte mich auf den Weg dorthin, aber die Tür war verschlossen. Ich wühlte in meiner Tasche und fand die Schlüssel, die Rob mir gegeben hatte. Es waren insgesamt drei. Ich probierte den ersten aus, Fehlanzeige. Den zweiten probierte ich nicht, er war viel zu groß. Der dritte entriegelte die Tür, die mit einem erschreckenden Quietschen aufschwang. Im Inneren des kleinen Holzschuppens befand sich der Generator, zusammen mit allen Werkzeugen, die man brauchte, um einen Ort wie diesen zu pflegen. Allerlei Zangen, Schraubenschlüssel, Bohrer, ein Cuttermesser oder eine stattliche Axt. Der Generator hatte einen Rückstoßstarter, wie ein Rasenmäher. Ich zog daran, aber es passierte nichts außer dem kurzlebigen Summen eines Versuchs, sich zu beschleunigen. Der Propantank, der angeschlossen war, war wahrscheinlich leer. Zum Glück gab es nicht weniger als drei weitere neben ihm. Sobald der frische Tank angebracht war, startete er endlich mit einem Brüllen. Die Hütte erwachte zum Leben, wie ein Leuchtturm im stockdunklen Wald. Wir sind im Geschäft, dachte ich. Als ich den Schuppen verließ, schien der Generator ein seltsames Geräusch zu machen. Eine wilde, schrille Art von Geräusch, sicherlich hart für die Ohren. Ich war nie besonders geschickt in mechanischen Dingen, aber soweit ich das beurteilen konnte, lief er in Ordnung. Das Geräusch hielt an, als ich zurück zur Hütte ging. Tatsächlich wurde es etwas lauter. Ich schaute über die hintere Veranda, kam es vom Generator oder kam es aus dem Wald dahinter? Ich verwarf den Gedanken. Es gruselte mich. Ich schloss die Tür hinter mir und verriegelte sie. Ich schloss auch die Vordertür, nur zur Sicherheit. Im neuen Licht sah ich, dass die Hütte in einem schlechteren Zustand war, als ich gedacht hatte. Die wenige Farbe, die noch da war, blätterte ab. Das Holz war praktisch am Verrotten. Schmutz und Staub bedeckten fast jede einzelne Stelle des Ortes. Was für eine Enttäuschung. Vielleicht ist es gut, dass ich Jessica nicht hierhergebracht habe. Jessica. Der Name ließ mein Herz schmerzen. Ich musste meinen Kopf von ihr ablenken. Der Wind heulte, wahrscheinlich durch alle möglichen Löcher in der Außenhülle der Hütte. Ich musste jederzeit meine Jacke tragen. Ich schaute auf mein Handy und sah, dass es erst kurz nach 19 Uhr war. Zu früh, meine Sorgen im Schlaf zu ertränken. Es war in der Zeit, darüber nachzudenken, wie ich den Rest meines Abends verbringen würde. Internet war natürlich keine Option. Also dachte ich, ich würde etwas Neues ausprobieren und tatsächlich ein Buch lesen, das ich seit Jahren lesen wollte. Nach einiger Zeit hörte der Generator plötzlich auf, das schreckliche Kreischgeräusch zu machen, das er gemacht hatte. Oder zumindest hörte das, was es verursachte, auf. Zum Glück hatte sich das von selbst geklärt, dachte ich. Ein paar Kapitel von Friedhof der Kuscheltiere später musste ich mal. Das Badezimmer war genauso schäbig, eng und veraltet wie der Rest des Hauses. Nachdem ich meine Pflicht erledigt hatte, auf dem Weg zurück in den Wohnbereich, fing ich einen Blick auf etwas im Fenster oben an der Hintertür auf. Ich wollte nicht daran denken, aber mir sank der Magen. Es sah aus wie die Spitze eines rasierten Kopfes. Ich erstarrte. War da wirklich jemand? Wenn es eine Person war, stand sie perfekt still, mit dem Gesicht zur Tür gerichtet. Aber ich konnte mir nicht sicher sein. Sie müsste unheimlich groß sein, damit ich die Spitze ihres Kopfes sehen konnte. Ich versuchte ruhig zu atmen. Es gab keinen Grund zur Panik. Als ich einen Schritt auf die Tür zuging, huschte die Form nach rechts. Ich rannte zur Tür. Es gab keine einfache Verriegelung von innen. Ich musste den Schlüssel benutzen. Nachdem ich mich im Rausch meiner Adrenalinschübe bemühte, den richtigen Schlüssel in das Loch zu stecken, riss ich die alte Holztür auf und schaute in die Richtung, in die sie gegangen war. Ich sah nichts als dunkle Formen, alle still in der Stille der Nacht, außer dem gleichmäßigen, schattigen Schaukeln der Zweige im Wind. Ich rief, Hallo? Meine Stimme war zögerlich. Ich war mir nicht sicher, ob ich wollte, dass das, was auch immer es war, mich hörte. Ich holte tief Luft. Ich rief noch einmal, diesmal lauter. Hallo? Nichts. Niemand. Ich schaltete die Taschenlampe meines Handys ein. Am Rande meines Sichtfelds konnte ich es sehen. Die Tür des Werkzeugschuppens stand weit offen. Ich fluchte vor mich hin. Was, wenn es da drin war? War es eine Person? Es musste sein. Ein kaller, großer Mann mit blasser, weißer Haut. Ich nährte mich dem Schuppen. Einen Schritt nach dem anderen. Ich spürte mein wild pochendes Herz in meiner Brust. Ich sprach wieder, dieses Mal ein Flüstern. Ist da jemand drin? Sicher nicht. Sicher war kein Fremder im Schuppen. Was würden sie dort denn tun? Welchen Grund könnten sie haben? Mit der Taschenlampe in der Hand spähte ich in den Schuppen. Nichts. Für einen Moment breitete sich Erleichterung über mich aus. Ich spürte sogar ein Lächeln auf meinen Lippen. Ich steckte meinen Kopf hinein und schaute nach links, wo der Generator stand. Er war da. Er ragte über mir. Nackt und blass. Er stand einfach da mit seinem Gesicht in meine Richtung gerichtet. Ich rannte. Wenn ich nicht gerade gepinkelt hätte, hätte ich es dann wahrscheinlich jetzt gemacht. Ich schaute nicht, wohin ich ging. Ich stolperte über einen Stein und fiel hart auf den Boden. Ich schrie vor Frust. Ich spürte nichts. Mein einziges Anliegen war es, in die Hütte zu gelangen. Aber mein Rücken war zugewandt. Mein Rücken war zugewandt und dieses Ding war irgendwo hinter mir. Das Ding ohne Gesicht. Keine Augen, kein Mund. Ich krabbelte auf die Füße und sah nicht zurück. Ins Licht. Ich schaffte es. Ich war drin. Aber ich würde nicht bleiben. Wo waren meine Autoschlüssel? Auf dem Sofa. Ich nahm sie in die Hand und warf meinen Rucksack über. Ich war in 30 Sekunden durch die Vordertür. Einen weiteren Schritt in die Dunkelheit zu machen, war wie Zähne ziehen. Aber ich schaffte es. Ich sprintete zum Auto. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich die Schlüssel fallen ließ. Es war direkt hinter mir. Ich konnte es spüren. Oder zumindest bildete ich mir das ein. Ich wagte es nicht nachzusehen. Komm schon! schrie ich, als ich die Schlüssel vom Boden aufhob. Ich entriegelte die Tür. Ich sprang hinein. Ich drehte den Schlüssel um. Der Motor starb ab. Nein, 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 nein! Flüche flogen aus meinem Mund. Und schneller, als sie es jemals zuvor getan hatten. Ich versuchte es erneut und gab Gas. Mein alter Chevy erwachte zum Leben. Als die Scheinwerfer anging, war ich sicher, dass ich ihn dort sehen würde. Aber was auch immer es war, es war nicht zu sehen. Es war nur ein kleiner Trost. Ich legte den Rückwärtsgang ein und war bald auf dem Weg, die einsame Schotterstraße hinunter. Ich hoffte, ja, betete förmlich, dass sie mich in die richtige Richtung bewegte. Aber ich konnte nicht denken. Alles, was mein Geist beschäftigte, war das, was ich in diesem Schuppen gesehen hatte. Dann sah ich etwas, was mich mehr hätte erschrecken sollen als der Mann ohne Gesicht. Eine einzelne Schneeflocke traf meine Windschutzscheibe. Der Schnee fiel immer dichter und dichter im Sekundentakt. Die Scheibenwischer waren auf höchster Stufe. Das Radio wurde zu einem Rauschen. Ich verstand nicht, wie sich das Wetter so drastisch und so schnell geändert haben konnte und das so früh im Jahr. Ich hatte das Gefühl, dass Gott mich bestrafte. Warum jetzt? Ein paar Meilen weiter auf dem Schotterweg bug ich auf eine schmale Asphaltstraße ein. Hierher war ich gekommen. Ich war auf dem richtigen Weg. Alles war pechschwarz, außer den Scheinwerfer meines Autos. Ich konnte nicht weiter als 15 Meter vor mir sehen. Der Schnee fing an, auf dem Boden kleben zu bleiben, aber ich verlangsamte nicht. Ich musste weg von dort. Es war ein Fehler. Es war alles ein großer Fehler. Die Straße machte eine scharfe Kurve nach links den Berg hinunter. Ich wäre beinahe von der Klippe gestürzt. Mein Herz schlug heftig. Mein Kopf schmerzte. Ich ging, um den Schweiß von meiner Stirn zu wischen. Ich sah das Wesen nicht, das von meinem Auto sprang. Der Aufprall war hart. Ich bremste und drehte das Lenkrad mehr als nötig, als das Ding über meine gesprungene Windschutzscheibe flog. Ein zweiter Aufprall. Ich hatte meinen Arm, alten Chevy, direkt in einen Baum gerammt. Es war alles wie in einem Traum. Ich muss meinen Kopf am Lenkrad angeschlagen haben. Ich hatte Glück, dass ich nicht durch die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Das Auto war ein Totalschaden und mein Bein tat weh. Ich öffnete die Autotür und fiel auf den verschneiten Boden. Ich konnte nichts sehen. Ich spürte, wie ich das Bewusstsein verlor. Ich wollte einfach nur schlafen. Und das tat ich dann auch. Es verging einige Zeit, bevor ich mit einem Ruck aufwachte. Mir war eiskalt und ich war mit einer dicken Schneedecke bedeckt, die immer noch genauso stark fiel. Der weiße Schnee reflektierte zumindest das wenige Mondlicht, das durch die Wolken hindurch drang und machte es möglich, die Landschaft um mich herum zu sehen. Das Reh, das ich angefahren hatte, lag regungslos in der Nähe, so steif wie nur möglich. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich versuchte, mich aufzusetzen. Mein Bein. Es tat so weh. Ich holte mein Handy heraus und schaltete die Taschenlampe ein. Der Schnee war rot vor Blut aus einer tiefen Wunde in meinem linken Schienbein. Mir wurde übel, es anzusehen. Es war 23 Uhr und ich hatte 13 Anrufe von meiner Mutter verpasst. Ich konnte raten, warum. Der Sturm hatte alles mit 6 Zoll Schnee bedeckt. Ich versuchte, sie zurückzurufen. Kein Empfang. Ich versuchte, den Notruf zu wählen. Keine Chance. Werde ich hier draußen sterben? Ich wollte nicht sterben. Wirklich. Wirklich nicht. Dann steh auf, Herr. Ich hörte die Stimme meines Onkels Rob in meinem Kopf, von allen Leuten. Ich dachte an meine Mutter und meinen Vater. Ich dachte an Jessica. Ich zwang mich auf die Beine. Ich machte einen Schritt nach vorne. Brennender Schmerz schoss durch mein Bein. Ich froh vor Kälte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, außer dass ich überleben würde. Auf irgendeine Weise. Ich kann mich kaum daran erinnern, was als nächstes passierte. Aber ich kann es erraten. Stundenlanges Bergauf schleppen im Dunkeln. Die Zähne zusammengebissen vor Schmerz. Es ergab keinen Sinn, wie ich wieder an dieser Hütte gelandet war. Aber genau das war passiert. Die Sonne ging bald auf. Ich konnte sehen, wie die Welt ein wenig heller wurde. Aber die Wolken darüber wollten immer noch nicht zulassen, dass das Sonnenlicht hindurchdrang. Die hellen Lichter der Hütte führten mich zu ihr, wie ein Leuchtturm am Ufer. Es war das Einzige, was in Meilen um mich herum war und meine einzige Hoffnung auf Überleben. Der Ort sah so anders aus im Nebel, begraben im Schnee. Die Schönheit des Herbstes war verschwunden, ersetzt durch die beißende Trostlosigkeit eines kalten, einsamen Winters. Und irgendwo im Wald, ob in der Nähe oder weit entfernt, war der Mann, dessen Gesicht überzogen war. Die Vordertür stand weit offen. Ich ging hinein. Es war nicht viel wärmer, aber zumindest war ich vor dem starken Schneefall geschützt. Ich überprüfte noch einmal mein Handy. Immer noch kein Empfang. Ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis die Rettung eintrifft. Oder ob sie überhaupt kommen würden. Ohne Auto, ohne Handyempfang, mit einem schwindenden Akku und einer klaffenden Wunde. Die Dinge sahen düster aus. Meine beste Hoffnung war es, darauf zu warten, dass sich der Sturm genug klärt, um einen Anruf durchzubekommen. Mein Bein blutete immer noch. Die Kälte, vermute ich, betäubte den Schmerz, aber das war kaum etwas Gutes. Ich humpelte ins Schlafzimmer und riss die Bettlagen in mehrere dünne Streifen, mit denen ich die Wunde nach dem Reinigen mit Leitungswasser fest bandagierte. Es war alles, was ich tun konnte. Ich wickelte mich in die verbleibenden Decken und schlief ein. Ich war absolut erschöpft. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, bis ein plötzliches Klappern mich aufweckte. Ich musste nicht darüber nachdenken, was es verursacht hatte. Ich wusste, dass es wieder dieses Ding war. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Ich fühlte mich so sicher und warm in diesen Decken und ich konnte mein Bein kaum bewegen, ohne dass brennender Schmerz mein Nervensystem durchzuckte. Aber ich war in tödlicher Gefahr. Ich stemmte mich auf meine schmerzenden Füße und lugte aus der Tür des Schlafzimmers. Alles war ruhig. Die Hütte war klein, bestehend aus einem Wohnbereich, einer winzigen Küche, einem Badezimmer und einem Schlafzimmer. Ich konnte fast das ganze Haus von meiner Position in der Tür aus sehen. Ein weiterer Krach. Dieses Mal hörte ich, woher er kam. Unter mir. Wie konnte das sein? Ich war absolut wehrlos. Der Werkzeugschuppen. Ich erinnerte mich an die Axt, die an der Wand lehnte. Ich humpelte so schnell wie möglich durch die Hintertür nach draußen. Der Schnee reichte mir bis zur Hälfte der Waden. Ich hielt an der Türöffnung inne. Ich erinnerte mich daran, das Wesen in diesem Schuppen gesehen zu haben. Ich hatte nur einen kurzen Blick im grellen Licht meines Handys erhascht. Aber das Bild hatte sich in mein Gedächtnis gebrannt. Ein großer, unbehaarter Mann, der absolut nackt war, pastellweiß und nur durchzogen von blauen Adern. Glatte Haut, wo sein Gesicht hätte sein sollen. Ich wollte nicht hinsehen. Aber ich tat es trotzdem. Es war nicht da. Ich atmete erleichtert auf, doch die Angst kehrte verzehnfacht zurück. Es ist nicht im Schuppen, es ist unter dem Haus. Ich griff nach der Axt, als sie mich umdrehte, wurde mir klar, woher der Lärm gekommen war. Neben der Hütte war eine offene Luke, die zu einem Keller führte, den ich vorher nicht bemerkt hatte. Er ist da drin. Ich sammelte meinen Mut, ich würde das jetzt ein für alle Mal beenden. Ich komme nur für dich, du Bastard. Adrenalin strömte durch meine Adern. Ich spürte den Schmerz in meinen Beinen kaum, als ich humpelte, um diese steilen Betonstufen herunterzugehen. Die Luft roch modrig und alles war dunkel. Komm raus, rief ich. Komm raus, du Freak! Ich konnte nichts sehen, außer den dunklen Silhouetten verschiedener Gegenstände. Kartons, Regale und dergleichen. Verschiedene Objekte lagen auf dem Boden verstreut. Sicher die Quelle der Krachgeräusche, die ich gehört hatte. Ich weiß, dass du hier drin bist, sagte ich. Für all meine Macho-Haftigkeit in diesem Moment fiel ich trotzdem vor Schreck nach hinten, als ich sah, wie er sich von seiner gekrümmten Position in der Ecke aufrichtete. Ich ließ die Axt fallen. Ich konnte nicht atmen. Es war nur ein Schatten, ein dünn wirkendes, geisterhaftes Bild, das mich auf der anderen Seite des Raumes anstarrte. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als er seine Hände zur Kapitulation hob. Was? stotterte ich. Er blieb in der Pose. Komm keinen Schritt näher, sagte ich. Ich wollte, dass es bedrohlich klingt, aber nur die Klänge verzweifelter Angst entwich in meinem Mund. Sag mir, was du bist! Ich nahm die Axt wieder auf und benutzte sie, um mich vom Boden zu erheben. Er blieb still und regungslos. Ich suchte den Raum nach einer Lichtquelle ab. In der Mitte des Raumes hing eine Zugschuhe. Beweg dich nicht, sagte ich, während ich mich dorthin schleppte. Ich meine es ernst. Ich zog an der Schnur und eine einzige Glühbirne beleuchtete den Keller. Vor mir stand in dem gedämpften Licht ein schlanker Mann, wahrscheinlich 1,90 Meter groß. Er war völlig nackt, aber er hatte keine Geschlechtsorgane. Alles war glatt wie eine Kennpuppe. Ich konnte angestrengtes, gedämpftes Atmen von dort hören, wo sein Mund sein sollte. Seine erhobenen Arme vermitteln eine Botschaft. Ich will dir keinen Schaden zufügen. Brauchst du Hilfe? Fragte ich. Er nickte. Der Mann setzte sich auf das alte Sofa, ich setzte mich ihm gegenüber auf einen Stuhl. Ich betrachtete ihn immer wieder. Ich verstand nicht, wie das alles möglich war. Ich hatte ein Teppichmesser in der Hand. Ich werde die Haut über deinen Mund aufschneiden, damit du atmen kannst, sagte ich. Er spannte sich an, nickte aber erneut. Ich nährte mich ihm und hob die Klinge. Das ist ekelhaft, dachte ich. Ich dachte, die flache Klinge in sein Gesicht. Blut spritzte auf mich. Der Mann ballte die Fäuste. Offensichtlich tat es weh. Luft strömte durch das Loch, das ich gemacht hatte. Ich schnitt weiter, bis ein etwas mundfeimiges Loch ihn zierte, blutverschmiert. Er atmete tief ein und versuchte zu husten, aber etwas stimmte immer noch nicht. Ich sah in seinen Mund, da war keine Zunge, keine Zähne, kein rotes oder rosa Fleisch. Es war alles dieselbe, glatte, feuchte Haut, die sich bis hinunter in seine Speiseröhre erstreckte. Mein Gott, flüsterte ich. Der Mann zitterte vor Schmerzen. Er hob einen zitternden Finger an sein Gesicht und deutete auf die Stelle, wo seine Augen sein sollten. Dort schnitt ich als nächstes. Ein einzelnes, wildes Auge tauchte aus der blutigen Wunde auf, die ich in sein Fleisch geritzt hatte. Es war blutunterlaufen und voller Angst. Ich ging zum nächsten über, setzte die dreieckige Klinge des Teppichmessers in die blutende Haut und schnitt einen Schlitz in sein glattes Gesicht. Aber ich schnitt zu tief, die Klinge kratzte über sein Auge. Blut spritzte aus der Wunde wie ein Springbrunnen. Er zuckte vor Schmerz zurück und hielt seine Hand an sein jetzt blindes, linkes Auge. Er stieß das Teppichmesser aus meiner Hand, es klapperte auf den Boden. Es tut mir leid, rief ich heraus. Der Mann gab ein ersticktes, gedämpftes Geräusch von sich, das wohl Schmerzensschreie sein mussten. Er kauerte sich auf dem Sofa zusammen und zitterte. Was war los? Was in aller Welt war mit diesem Mann passiert? Mein Kopf pochte, ebenso wie mein Bein. Kalter Schweiß ran mir übers Gesicht. Das war ein Albtraum. Ich wusste nicht, wie viel schlimmer es noch werden könnte. Ich hörte ein Geräusch von draußen an der Hütte. Es war wie ein Stöhnen. Tief und lang, fast wie der Ruf eines Wals. Der Kopf des Manns schnellte hoch. Sein gutes Auge starrte aus dem Fenster nach vorne. Er sah zu mir. Was ist das? Die Angst erfüllte jede Pore meiner Seele. Das Geräusch kam erneut. Der Mann sprang auf die Beine und stürzte zur hinteren Tür hinaus in den Wald, in den Nebel und den Schnee. Ich stand auf und humpelte zum Fenster. Ich sah etwas aus dem See auftauchen. Es sah mich auch, eine große, amorphe Form verdeckt im Nebel. Es stöhnte, als es sich in der Hütte näherte. Ich duckte mich und schnappte verzweifelt nach Luft. Ich hatte den Atem angehalten. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das Fenster verdunkelte sich. Ich schaute auf. Gegen das Glas gedrückt war eine Wand aus Haut. Mein Mund öffnete sich vor Entsetzen. Das Glas brach. Ich stürzte durch die Hintertür, den gleichen Weg wie der Mann. Die Axt, dachte ich, als ob eine Axt einen Unterschied machen würde. Das Fenster zerbrach und dieses schreckliche Stöhnen kam wieder. Aber ich schaute nicht zurück. Ich stürmte die Treppe hinunter auf die Terrasse und in den Keller. Ich hielt die Axt in meinen Händen, aber ich fühlte mich nicht sicherer. Das Wesen war direkt hinter mir. Diese pulsierende Masse bewegte sich mit dem Klang von nassem Fleisch, das gegen Stein schlug. Es bestand vollständig aus schlaffer, fettiger Haut. Das, was wie menschliche Gliedmaßen aussah, war überall am Körper in merkwürdigen Winkeln verbogen. Es war so groß, dass es die Decke berührte. An seinem Kopf, ich dachte, es sah aus wie ein Kopf, war kein Gesicht. Es war ein langer Schlauch, aus faltiger Haut, wie der Rüssel eines Elefanten, breit genug, um einen Menschen ganz zu verschlucken. In einem letzten Akt verzweifelter Rebellion schwang ich die Axt in seine Seite. Als ich versuchte, sie herauszuziehen, merkte ich schnell, dass sie feststeckte. Haut bewegte sich vom Wesen zur Axt und verschlang sie in sich. Der Schlauch des Wesens schwenkte auf mich zu und fing mich im Gesicht ein. Er umklammerte meinen Kopf. Luft wurde um mich herum abgesaugt. Ich konnte nicht atmen. Der Schlauch aus pulsierender Haut umhüllte meinen ganzen Körper. und begann mich in die größere Masse des Monsters zu schlucken. Ich fühlte schlaffe, kahle Haut um mich herum, die mich streichelte, Teil von mir wurde. Ich öffnete den Mund, um zu schreien, und die Haut überzog mich von innen. In meinem Mund, in meiner Kehle, meinen Lungen, meinem Magen, alles mit neuer Haut ausgekleidet. Alles zog sich um mich zusammen, verschmolz mit meinem eigenen Nervensystem und Blutgefäßen. Es war jetzt meine Haut, so wie es auch die Haut des Wesens war. Ich verstehe jetzt, was das Geräusch war, das ich in der Nacht zuvor gehört hatte. Geräusch, bei dem ich dachte, es aus dem Wald hinter der Hütte meines Onkel Robbs gehört zu haben. Es waren Schreie, kreischende, seelenzerreißende Schreie. Ich verstehe, weil das die Geräusche waren, die ich machte, als das Ding mich zu einem Teil von sich selbst machte, bevor es wieder zum Boden dieses Sees zurückkehrte. Ich schrie und schrie, bis meine Stimmbänner versagten. Ich wünschte, dass mich jemand hören würde. Ich wünschte, dass mir jemand helfen würde. Aber keine Hilfe würde kommen, bis der Schnee auf diesem Berg geräumt war. Bis dahin war ich auf mich allein gestillt. Blind, hungrig, kaum in der Lage zu atmen und überzogen mit Haut. So Leute, das war's für heute mit der Geschichte. Und keine Sorge, wir hören uns schon bald wieder.